Musik Jena Wohnen ist der größte Wohnungsanbieter in Jena und letzten Endes auch in Thüringen. Wir haben einen Wohnungsbestand von 14.000 Wohnungen und sind gerade dabei, ungefähr bis Jahresende 400 neue Wohnungen für Jena zu bauen. Mein Name ist Annett Hähne. Ich bin bei Jena Wohnen für Marketing und Kommunikation zuständig. Mein Name ist Yves Kaczmarek. Ich leite bei Jena Wohnen drei Servicecenter. Also alles, was um die Wohnung sich dreht, alles, was in der Wohnung passiert, ist unser Aufgabenfeld, dafür zu sorgen, dass jeder Mieter sich auch in seiner Wohnung wohlfühlt. Ich arbeite im technischen Management und bin dort die stellvertretende Leiterin und leite aber auch den Bereich Projektentwicklung und Projektmanagement, nämlich genau der Bereich, der für die Neubauvorhaben zuständig ist. Mein Name ist Susanne Wacker. Wir haben jetzt auch einige Neubauprojekte auf den Weg gebracht. Drei größere stellen wir hier auf der Messe vor. Die Friedensbergterrassen haben so einen kleinen Untertitel, wohnen ein Leben lang. Das ist eher eine terrassierte, auch hochwertige Bebauung mit einem Blick in die Stadt. Das zweite Projekt ist das Kamburger Gartenquartier. Da liegt der Fokus eher auf dem Bereich der Grünflächen. Und das dritte Projekt ist die Tonnenmühle. Das ist ein sehr zentrales Wohnen. Es hat jedes Projekt seine Geschichte, jedes seine Episoden, die besser oder mal nicht ganz so einfach gelaufen sind. Ein kleines Highlight hier an unserem Messestand ist unsere 3D-Applikation der Friedensbergterrassen, die wir hier auf drei iPads vorstellen. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, was heutzutage möglich ist in der Präsentation von solchen Bauprojekten. Man kann ja wirklich durch das Projekt durchlaufen. Man kann sich jede Treppestufe angucken. Man kann jetzt zum Beispiel in eine Wohnung hineingehen. Man sieht in einer so halben Vogelperspektive in den Grundriss hinein und kann jetzt sogar noch in ein Zimmer direkt hineingehen. Zum Beispiel hier in die Küche und den Wohnbereich. Man kann sich dann im Prinzip schon einen ziemlich realistischen Eindruck von der zukünftigen Wohnung verschaffen. Also wir hatten heute Vormittag einen großen Besucherantrag. Wir haben alle gut zu tun gehabt zu sprechen. Wir sind auch ein bisschen heißer schon geworden von der Reederei. Aber wir haben eine sehr, sehr positive Resonanz bekommen von unseren Besuchern hier am Messestand. Finde ich super. Das ist sehr gut. Also kann man sich mal einen Überblick verschaffen, wie es aussieht, wie es auch von innen aussieht. Mich hat da besonders angezogen die Lage, dass man sehr in ruhiger Lage wohnen könnte. Die haben ja alles drin, was man sich wünscht. Also was mir am besten gefällt, auch die Darstellung der neuen Projekte. Einfach auch, dass man sich das angucken kann. Auch für die Leute, die sich wirklich dafür interessieren und wirklich dort wohnen möchten. Finde ich schön. Ich finde überhaupt schön, dass hier in der Wohnen so baut. Hier in der Wohnen ist rundum top. Musik